hallo leute wieder meister neues kartenbericht wird ich diesmal war auftrag eine umverpackung für einen gutschein zu machen zum thema bowling mal gucken ob wir es hingekriegt haben in einem explosions boxformat haben eine kleine bowlingbahn gebastelt mit anzeige da stehen sogar auch die namen drauf von denen die da benannt sind ja mitgehen und hier in dem umschlag haben wir dann die gute reingemacht und wir hoffen das gefällt